Bei der Wahl zum Tor des Monats Januar gehört das erste Tor Adrian Beck. Er glich nach Eckball von Niklas Beste zum 1 zu 1 gegen Köln aus. Tor Nr. 2 aus dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg ebenfalls das 1 zu 1, eingeleitet von unserem Außenverteidiger Omar Traoré. Tor Nr. 3 bescherte das 1 zu 0 beim Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim. Torschütze nach schönem Solo, Ehren Dicci.